Hi, schön, dass ihr wieder zu einer neuen Folge Horizon Forbidden Rest eingeschaltet habt. Heute wollen wir mal hier zu den Beuteunternehmern gehen. Das ist, glaube ich, der Letzte, weil hier links ist, glaube ich, keiner. Und ja, dann habe ich Hoffnung, dass man vielleicht doch noch eine Rüstung kriegt. Die sagen ja alle diese Einzelnen, ja sie wollen in, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ohr es heißt, fahrlich, glaube ich. Eine Herstellung, einen Wettbewerb zu gewinnen, da muss ich doch irgendwas von haben, dass ich den ganzen Leuten helfe. Ui, das ist hier todhübsch auf jeden Fall. Oh, der Rest sind Maschinen. Gehen wir mal nicht ganz so nah hin. Oh, Pierscher! Ja, du hast mich jetzt schon... Okay. Ich glaube, das Beuteunternehmen hat ein kleines Pierscher-Problem. Guter Treffer. Da schießt ein Pierscher auf mich. Alter, das tut weh, wenn er mich trifft. Da ist er, da hat er sich unsichtbar gemacht. Waren das alle? Zwei Stück? Das war wohl der einzige Minen, der verliegen gewesen ist. Woi! Danke für die Hilfejägerin! Ich höre was! Da kommen neue Maschinen. Und da ist noch ein Pierscher. Warum sagt er denn Danke für die Hilfe? Ist doch noch gar nicht hier alles getan. So, der Pierscher ist da auch, aber da ist ein anderes Vieh gewesen. Aber da ist ein... Die wurden wahrscheinlich aufgeschreckt, ne? Was ist denn hier los? Die Maschinen sind alle super aggro. So, jetzt plündere ich mal in Ruhe. Die Pierscher sind ja anscheinend weg. Hoffe ich. Und ich hoffe, die Dornrücken sind lieb. Und verziehen sich. Ich würde mal sagen, die Lage für dein Unternehmen hier ist nicht die beste. Wieso kann ich nicht... Ja, weil... Maschinen auf mich aufmerksam sind. Du brauchst Minenwerfer? Bitte sehr. Danke. Salga! Stell die hier um das Lager herum auf, okay? So, rotes Haar. Tötet Maschinen, wie ich Bier trinke. Das muss dann wohl die Retterin von Meridian sein. Aloy, reicht. Würdest du mir verraten, warum ihr mitten im Tenak-Gebiet Pierscher jagt? Nicht jagen. Plündern. Ihr seid also Plünderer. Gehört ihr zu Kerovs Leuten? Ja, allerdings. Und ihr wollt für ihn eine Rüstung schmieden? Hier draußen? Unser Anführer, Warend, war besessen vom verbotenen Westen. Er hat jede Geschichte darüber verschlungen. Und er war überzeugt, dass er die Teile für die Rüstung im Dschungel findet. Hat er keine Angst vor den Tenakt? Oder vor Maschinen? Er dachte, wir könnten ihn ausweichen. Doch vor ein paar Tagen trafen wir auf einen Donnerkiefer. Warend konnte ihn vom Lager weglocken. Doch er kehrte nicht zurück. Jetzt ist er weg und wir haben nicht mal die Rüstungspläne. Sie sind weggesperrt. In der Truhe. Vielleicht kannst du ihn suchen. Selbst wenn du nur seine Leiche findest, sollte er noch den Schlüssel haben. Ich kann es versuchen. Kümmer du dich jetzt um deine Leute. Mache ich. Hier. Alles, was du wissen musst, steht im Vertrag. Okay. Da wollen wir ja mal hoffen, dass der Donnerkiefer den guten Mann nicht gefressen hat. Wo muss ich denn da jetzt hin? Beute-Vertrag. Das ist gar nicht so weit weg, ne? Natürlich, genau in ein Feuer-Klauen-Gebiet. Genau in ein Feuer-Klauen-Gebiet. Hat er nicht was vom Donnerkiefer gesagt? Oh oh. Ich sollte dann nur das Vertrag lesen. Nicht, dass mir etwas Wichtiges entgeht. Vorher hast du dieser Maschine verschwunden. Okay, das ist praktisch. Bist du die Einzige hier? Ich bin hier nicht. Dreht. Du scheinst der Einzige. Ich kann die nämlich überbrücken. Dazu darf er mich aber nicht entdecken. Ja, komm hierhin. Genau, komm hierhin. Und dann entscheide dich für eine Richtung und ich nehme die andere. Okay, du willst nicht. Der rennt weg! Ja, komm hier langsam hin. Ich muss aufpassen. Ich kann ihn nur von hinten überbrücken. Noch ein bisschen. So, jetzt habe ich ein Gefährt. Das ich sehr gut wehren kann. Würde ich mal sagen. Oh, da ist ein Beomond. Scheiße. Komm, mein Freund, weg hier. Okay, der andere möchte mich nicht angreifen. Das ist schon mal gut. Oh, ich glaube... Ich komme hier nicht durch. Dann bleib hier. Aber alles hat wehgetan. Dann bleib hier. Ah, harte Landung. Ah, da können wir gleich uns... Oh, ich habe gar nicht so viel Pflanzen vorrätig gerade. Muss ich mich ein bisschen mal hier genauer umsehen. Da sind ein paar. Ja, die brauche ich ja auch, wenn ich mich wirklich mit einer Feuer... Ja, Feuer klaue, lauter Krallenschreiter. Und es war von einem Donnerkiefer die Rege. Das wird doch in einem Desaster enden. Okay, wir gehen etwas weg von dem Krallenschreiter. Das ist schon mal gut. Und Feuerklaue scheint hier irgendwie doch nicht zu sein. Hier sind sie laut Nurs Vertrag auf einen Donnerkiefer gestoßen. Bevor er wahrend ihn weggelockt hat. Mal sehen, ob ein Fokus irgendetwas findet. Okay, Feuer klaue ist nicht da. Donnerkiefer ist auch nicht da. Folgen wir mir der Spur hier. Ja, wollen wir mal hoffen, dass er ihn nicht erwischt hat. Und dass er ihn nicht gefressen hat. Weil nach dem Schlüssel in einen Donnerkiefermagen suchen möchte ich nicht. Oh, da ist noch eine Brutstätte. Und hier ist noch ein Rebellen-Außenposten. Ich dachte... Ja, letzte Folge. Ich habe alle fertig gemacht. Aber da ist noch einer. Aber wir gehen aus dem Feuer-Clown-Areal weg. Das gefällt mir. Also Donnerkiefer ist ja nicht unbedingt was Kleines. Die müsste ich... Ein kaputter Donnerkiefer. Okay, der Donnerkiefer ist kaputt. Das finde ich schon mal praktisch. Also mit Rot-Augenlieb... Also mit Rot-Augen-Wächter lege ich mich lieber an, als mit dem Donnerkiefer. So. Kann ich den Dings plündern? Ja, den Rot-Augen-Wächter ist klar, aber den Donnerkiefer... Das sieht nicht so aus. Okay. Ja, er hat es nicht geschafft. Aber er hat den Donnerkiefer erledigt. Kein Schlüssel. Irgendwo hier muss er doch sein. Vielleicht findet ihn ja mein Fokus. Bitte nicht im Bau vom Donnerkiefer. Felsen. Scheibenwerfer. Was kann ich hier sonst noch so finden? Untersuchen wir mal. Dann würde ich sagen, eine kleinere Maschine hat den Schlüssel gemobst. Muss Warent beim Kampf gegen den Donnerkiefer abgetrennt haben. Oh oh. Nicht alleine. Der Schattenwerfer ist hoffentlich geladen. Äh, was? Warum hat er das Hohl von den Donnerkiefer abgetrennt? Kletterkiefer. Die sind leider recht fix. Oh. Nein. Was ist denn jetzt zur Zeit mit diesen Affen los, ne? Erst siehst du die im Spiel kaum und jetzt hat gefühlt jede Folge welche. Der ist jetzt schon fast plagt. Wo sind die anderen beiden? Die haben sich verzogen. Eine der Affen hat hundertprozentig den Schlüssel. Okay, die haben sich auf den Staub gemacht. Ich kletter mal hinterher, würde ich sagen. Okay. Wenn du dich zeigst, dann... Ah, der ist fast voll noch. So, verhindern wir mal, dass du Feuer schießen kannst. Aber der andere kommt auch runter. So, bleibst hier. Oh. Den Angriff habe ich jetzt nicht kommen gesehen. Ah. Wieso? Ach so, der Löschzustand ist gerade weg. Meine Munition ist alle. So, Affen Nummer eins ist weg. Wo tappt der andere rum? Da? Da? Ja, der hat auch schon ein bisschen Schaden. Das ist, glaube ich, der, den ich eben mit dem Donnerkiefer-Ding getroffen habe. Bleibst du wohl hier? Okay. Wo ist der andere? Der andere Affe ist hier gestorben, ne? Ja. Vielleicht haben die ja auch selber was. Leider nein. So. Dann muss ich da irgendwie hochklettern können. Äh. Muss ich da hoch? Schafft sie das? Okay. Okay. Bist du schon gecheatet? Der Schrotthaufen. Mal sehen, ob da der Schlüssel ist. Ja, da sind auch noch Sachen. Ach, da ist er ja. Ein Schlüssel. Bereit zur Auslieferung. Okay. Das sind Sachen, die ich abgeschossen habe. Okay, da ich weiß, was hier auf mich lauert, porten wir uns. Ich muss mal wieder neue Schnellreise-Pakete sammeln. Ich habe nur noch 15. Nicht, dass die mir mal ausgehen, wenn ich sie brauche. Ich habe Warenz Schlüssel. Er ist also wirklich tot. Er war ein guter Mann. Zumindest hat er euch gerettet. Hoffentlich verschafft der Schlüssel ihm die verdiente Ehre. Eine Karte. Mit markierten Beuteplätzen. Ich hatte Recht. Er wollte, dass wir seine Arbeit beenden. Dass wir die Rüstung bauen. Aber die Leute sind verletzt und müde. Ich kann das nicht verlangen, Eli. Hast du noch Zeit für weitere Verträge? Klar, ich habe hier sonst nichts anderes zu tun. Was soll ich für dich tun? Warenz hat einen Strand markiert, den wir entdeckt haben. Ich glaube, ich weiß, was er wollte. Behemoth. Und die Stache Schnauzen, die sie stärken. Verstärkte Behemoth-Teile würden die Rüstung eisenhart machen. Ich werde es versuchen. Was willst du noch? Unter Wasser. Unter Wasser hört sich nicht gut an. Überlass das mir. Barent hat eine Bucht auf der Karte markiert. Anscheinend suchte er etwas unter Wasser. Finde für mich heraus, was er dort gesucht haben könnte. Und bring es hierher. Ich werde sehen, was ich tun kann. Unter Wasser ist hundertprozentig eine Nessie. Du brauchst Teile? Ich habe sie. Du willst verkaufen? Ich nehme sie. Was hast du denn so? Ja, Schnellreispakete. Davon können wir wieder ein paar uns holen. Brauche ich immer. Wir handeln ein andermal. Okay. Okay. Beaumont und wahrscheinlich Nessie. Die Unterwasserbolte ist auf einer geringeren Stufe. Wo muss ich denn dafür hin? Oh, das ist in der Nähe von den Rennen. Okay. Was ist das da? Begibt sich zu den versunkenen Ruinen. Ist das da, wo die Insel ist? Ja. Da waren wir ja schon mal für eine andere Mission. Oder? Nee, es ist eine andere Ruine. Da ist auch irgendwas. Aber es ist nur grün. Komm, Ella, spring mal runter. Ah, hi. Holen wir uns erstmal den grünen Glanz hier. Ich werde das unterwegs abschütteln. Ich komme hier nicht an den grünen Glanzrahmen. An den grünen Glanzrahmen. Okay. Unterwasserbeute soll ich es suchen. Alter Motorraum. Vielleicht soll ich das suchen. Ich muss bloß aufpassen, dass er schnappen und möchte ich entdeckt. schon zu spät. Aber gucken wir mal. Ist das richtig? Anscheinend nicht. Okay, ich muss hier Sachen finden. Da sind weitere Motorräume. Das ist einfach nur ein Fischi. Was ist das da? Alte Kiste für Wertgegenstände. Also, ich gehe mal davon aus, dass ich diese Motorräume durchsuchen muss. Und dass in irgendwelchen Sachen drin sind, die ich brauche. Das Problem ist, ich muss vier davon finden. Ah, das sieht nicht schlecht aus. Oder? Ne. Da ist noch eine andere Motorhaube. Ah, okay. Das heißt, ich muss das in diesen Trümmern suchen. Mich sieht irgendwas. Und das ist nicht gut. Weg, 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 weg. Ja. Wo muss ich noch suchen? Ich schwimme mal hier in die Runde. Oh, das ist ein Schnappenhaul. Oh, da scheint noch was zu sein. Es kommt nicht in meine Richtung. Das ist ein Vorteil. Ja, perfekt. Ein Ding muss ich noch suchen. Und schwimme aus dem Auto raus, ey, Leute. Was ist das da oben? Alte Kiste für Wertgegenstände. Ich muss noch ein Auto finden. Und ich sehe hier nichts. Da ist was. Da ist was. Nee, das ist was anderes. Da kannst du dich abstoßen. Fischi. Hä? Warum hat sie den Fokus jetzt abgebrochen? Ich bin auch fast raus aus dem Radius. So, jetzt bin ich wieder drin. Ja, da war ich ein bisschen panisch eben. Weil mich die Krokodile entdeckt haben. Oh, weia. Oh, weia. Ich bin nicht hier. Ja, das ist das Panzervieh, was ich eben schon abgesucht habe. Okay, der schwimmt hier in die Runde. Das ist ganz gut zu wissen. Ja, ich muss noch irgendwie so einen Wrack finden. Das sind nur Fischis. Hier, die Richtung ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Vielleicht finde ich hier was. Das ist auf jeden Fall noch in dem Gebiet drin. Aber hier scheint nichts zu sein. Mann, wo ist das letzte Ding? Das kann doch nicht. Ich habe drei Stück gefunden. Oh, 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 oh. Kroko in Anmarsch. Ah, hier sind Autos. Aber keine, die ich plündern kann. Das ist doch scheiße. Wo ist das letzte Auto, was ich brauche? Unter Wasser kannst du gar keine Munition benutzen, gute Dame. Ich finde hier nichts. Sind das tatsächlich in den Kisten drin? Könnte auch sein, weil... die... Kokos hier rum schwirren. Ich versuche da einfach rein zu schwimmen. Wie komme ich da ran? Ohne, dass mich Kroko entdeckt. Da muss ich doch irgendwie reinkommen. Ich kann hier halt runter. Und jetzt ist es zu spät. Geh mal nach oben, ey, Leute. Du musst an Land. So, hier bin ich sicher. So, und hier kann ich vor eins den Ozean scannen. Ja, komm her! Ja! Oh, oh, der kann schießen. Das muss ich über mich ergehen lassen. Eigentlich müsste ich den jetzt spritzeln. Der ist im Wasser. Ja. Oh, oh! 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 so jetzt habe ich einen geschockt jetzt müsste ich sie das angreifen aber ich habe den falschen fall so das coco ist weg sind nur zwei andere unten aber ich finde da unten nix mehr da ist kein dieses auto ich muss irgendwie an die kiste dran ich bin ja ziemlich sicher frage moment was haben wir da hinten stein barriere nein ich bin in ein losgeworden wo ist diese stein barriere ich musste doch irgendwie reinkommen können was geht anscheinend nicht das kann nicht sein da musst du reinkommen können lassen da ist eine kiste drin da ist eine stein barriere locker angehäufte steinmauer die den durchgang versperrt kann weggestemmt werden auf der anderen seite da oben okay das krokodil soll sich bitte verziehen so wo ist die stein barriere da ja okay ich werde mich so enttäuscht sein weil es nicht das ist was ich brauche obwohl das radar zeigt da jetzt hin das andere was er haben wollte das holen wir uns dann beim nächsten mal leute ich hoffe euch hat die folge gefallen lasst mir gerne ein like und abo da das würde mich sehr freuen und bis bis zum nächsten mal tschau